Hello! Welche Freude! Endlich ereilt uns der Winter! Ein kleiner spaßiger Rundumblick vom Jüssee. Wir schauen uns mal ein bisschen die Schneeflocken an, wie sie hier ins Wasser purzeln. Da drüben kommt das Schwimmbad ins Bild. Da kann man im Sommer super schwimmen. Mal gucken, ob man in diesem Winter eventuell noch Schlittschuh laufen kann auf dem Jüs. Und unseren Schwänen geht es auch super. War denn schon jemand draußen, um ein bisschen Schnee zu schippen? Oder sieht das eher so aus, dass im Laufe des Tages die weiße Pracht wieder verschwindet? In jedem Fall nicht vergessen, das Video zu teilen und den Channel zu abonnieren. Hui, ganz langsam werden die Flocken doch ein bisschen mehr. Die Straßen sind allerdings frei. Ich finde es auch nicht so richtig kalt. Es macht Spaß, bei dem Schneegestömer ein bisschen spazieren zu gehen. Deswegen, wer die Möglichkeit hat, heute raus vor die Tür und den Winter endlich mal genießen, von dem wir ja sonst nichts gesehen haben. Hier in Herzberg ist alles ganz ruhig und das finde ich auch sehr gut.